Hallo, mein Name ist Andreas Weigl, ich stehe hier am Stand von uns von Coratec, bin Marketingleiter hier und stehe direkt neben unserem brandneuen Coratec Live für 2020. Das Live ist eine Entwicklung von uns mit dem Herrn Dr. Geiger, wo wir Menschen ansprechen wollen, die länger unterwegs sind, die zum Beispiel weitere Touren machen wollen und ein großes Zuladungsgewicht benötigen oder selbst auch etwas mehr Gewicht mit sich schleppen und ein Bike, das sehr, sehr stabil ist, benötigen. Das Coratec Live hat 180 Kilo Systemgewicht, das bedeutet, man kann extrem viel zuladen, hat aber dadurch auch sehr starke profilierte Mountainbike-Reifen, damit man auch im Gelände unterwegs sein kann, eine extra stabile Steifen, damit auch dreifach gekreuzt, dadurch auch diesem Systemgewicht stabil genug. Gleichzeitig kommt das Coratec Live mit dem neuen Bosch CX Generation 4 Motor und den 500 Wh Akku. Gibt es in verschiedenen Ausstattungsvarianten mit Nabenschaltung oder eben in Kettenschaltung, jetzt ganz neu mit der 12-fach von SRAM oder eben auch mit der Nabenschaltung. Ganz hochwertige Escolab-Komponenten, Griffe sowie Sattel, dass man auch wirklich komfortabel unterwegs sein kann. Schöner Tiefeinsteiger, kann sowohl am Rahmen als auch am Akku geladen werden und da freue ich mich, wenn es hier einfach zu unseren Händlern geht. Das Rad ist ab sofort erhältlich und weitere Videos zu unseren Rädern findet ihr hier. Bis zum nächsten Mal.